hallo youtube hallo zocker hallo bike fans herzlich willkommen zurück hier bei nick frei zockt den motor cycle mechanik simulator 2021 so heißt er ja was soll ich sagen was machen wir mit 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 dem spiel jetzt hier ja so wir gucken mal rein hier zweiter auftrag ich habe keine ahnung wie das funktioniert wir akzeptieren und schauen mal was passiert es lädt und lädt und lädt das muss eine ganz komplizierte maschine sein das rädchen da unten dreht sich nicht mehr so nichtsdestotrotz haben wir das ganze übernommen was ich mal gucken wollte ist auch wenn ich gehen will wo gehe ich denn da es gibt einen außenbereich ja ich glaube es ja nicht es gibt einen außenbereich und brauche ich nicht den können wir entfernen ins haus rein können wir nicht ja ich will ja jetzt auch nicht alles verkaufen aber ich meine müllunrat der ist nicht uns den kriegen wir nicht was sind die karton boxen 4 dollar auf dem konto ja mülltonne brauchen wir das steht fest gartenreste brauchen wir nicht den brauchen wir auch nicht so sieht das hier mal ein bisschen fröhlicher aus so raus am briefkasten kann ich nicht hier raus kann ich auch nicht ja ok war ein kurzer ausflug ich habe gedacht da wäre ein bisschen mehr aber gut es passt es passt monster hänger weil eine neue quest reingekommen ist ja wir sollen das benzinventil den gashebel rechts den gashebel links den luftfilter die bremsscheibe vorn den bremssattel vorn die brems belege vorn und das licht hinten prüfen oder reparieren das licht hinten sieht ein bisschen mitgenommen aus so das haben wir mal abgebaut ich glaube wenn ich das so richtig sehe brauchen wir da hinten auch nichts mehr das heißt wir könnten direkt mal schauen wenn wir das ding hier zur shopliste hinzufügen wollen licht hinten einkaufsliste und tablet öffnen und zum shop gehen wieso ist der rest gesperrt ja was ist das hier für eine maschine das ist eine gute frage steht das hier drin was das für eine maschine ist punchbikes roverson drückt die falschen tasten ich bin im k-mechanik simulator zu hause ähm shop punchbikes roverson ok ich finde es zumindest ähm da 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 getriebe wollen wir nicht wir wollen lampen zubehör zubehör sind lampen das ist die lampe hinten gibt jetzt nicht allzu viel verschiedene lampen hinten ich würde sagen dass die einzige ich würde sagen kaufen wir das einmal so mache ich es so dann gehen wir wieder hier hin und dann machen wir wieder hinzufügen oh gott ich bin echt noch am suchen von allem das ist kaputt das ist ganz das können wir dann wieder festzuschrauben und dann haben wir das licht hinten schon mal repariert ich bin gut dafür dass ich keine ahnung habe so bremsbeläge vorne also wenn es vorne um die bremsen geht müssen wir vorne zumindest mal das rad ab machen da gucken wir erstmal da haben wir hier das ding ok äh bremsbelag wieso nimmt er das nicht weg muss zuerst die eine dann die andere seite so die bremsscheibe will er auch noch so die bremsscheibe habe ich auch raus das ist kompliziert wenn du dich nie auskennst in so einem spiel so wir wollen die bremsscheibe vorn ist mal das erste was wir wollen da gibt es sogar bessere bremsscheiben ich glaube wir nehmen die normale die klassische ja ich weiß nicht ob wir hier schon für tun bezahlt werden ich würde mal sagen nein ich habe keine ahnung von dem zeug hier ich lerne hier ganz neue dinge kennen so das wollen wir so wir haben den bremsbelag vorne rechts kaufen das sind sogar die gleichen wie die die wir drauf hatten also von daher so dann wollen wir das hier noch haben bremssattel da ist ja auch ein bisschen putt auch der gleiche klassisch so dann haben wir die bremsen schon gefixt an dem bike das heißt haben wir hier den motor da muss irgendwo ein luftfilter sein Gashebel links da haben wir irgendwas mit Gashebel wie komme ich denn an die Gashebel ran was muss ich denn dafür abbauen den tank eventuell ich sehe was problem ist ich bin im falschen modus die kann ich einfach abbauen Benzinventil sollen wir ja auch nehmen was ist das jetzt ich musste den treibstoff abtanken um das ventil raus nehmen zu können das hätte ja zum Kamechanik Simulator eine große Sauerei gegeben so äh da 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 wir wollen wieder einbauen das 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 und das wobei ich ja immer noch am suchen bin nach dem Luftfilter der müsste eigentlich hier irgendwo sitzen Luftfilter Deckel nehmen wir doch einfach den so lang da haben wir den Luftfilter tata so ähm setzen wir den auch noch auf die Liste das müssten die vier Sachen sein die wir jetzt noch brauchen dann gehen wir jetzt mal in den Shop und dann holen wir uns erstmal den Luftfilter dann das Benzinventil dann den Gashebel rechts dann den Gashebel links dann machen wir das wieder zu und dann bauen wir das alles nach und nach wieder ein das Benzinventil ist wieder drin dann wird Gas wieder angeschlossen Ich würde sagen wir haben alles was noch fehlt in meinen Augen ist das Befüllen vom Tank Das sollte es normalerweise gewesen sein Ah hier gibt es Prüfung da kann ich die Teile prüfen was kaputt ist und was ganz ist Das ist auch interessant gut zu wissen das mache ich auf dem Motorradhelm ich dachte das hat etwas mit Fahren zu tun Sieht alles ok aus Ich habe keine Ahnung was das ist So wir gehen ganz raus und gehen ins Tablet rein und gehen ganz raus aus dem Shop und gehen rein in die E-Mail und sagen dort dem Typie wir haben es geschafft und scheinbar war es das Und jetzt haben wir noch neben Quests wie es aussieht also es war eine schnelle Reparatur vom Motor muss man mal so sagen Ich würde gerne mal wissen ab wann solche Dinge hier freigeschaltet werden das ist ab Level 4 gut das ist ja machbar ab Level 10 ok ab Level 14 ok ab Level 8 ok da sind wir haben noch keinen höheren Kreditrahmen das ist schlecht Also wenn wir den nächsten Auftrag machen kriegen wir so viel EP dass wir Level 3 sind Ich nehme die Mission da einfach mal an ich meine wir haben ja erst 16 Minuten ich muss ja irgendwie das Video voll kriegen ich kann jetzt nach 16 Minuten nicht sagen das war es ich muss aber offen dazu sagen also ich weiß nicht so wirklich also es huckt mich nicht so das Spiel hier Lampenglas vorne rechts Batterieabdeckung B Blinker vorne links Tank rechts Ölstab und Abdeckung des Sicherungskastens Blinker vorne links Not praying 桜 H Da ist was kaputt Blinker vorne links. Das ist die Batterieabdeckung B. Ja, Tank rechts ist so eine Sache, wahrscheinlich muss ich da zuerst mal wieder... Das Benzinventil abnehmen. Boot zur Hölle. So, Benzinfilterdeckel. Dann den Vergaser. Alter Schwede, was muss ich denn da alles abbauen, damit ich da dran komme? So, damit habe ich das abgetankt. Tank rechts ist noch nicht. Ei, 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 ei. Kannst du Benzin raus, oder was? So, Tarometer ab. Jetzt muss ich den Tankdeckel abnehmen, oder was? Wird immer besser. So, jetzt habe ich es runter. Tank rechts Ölmessstab. Wo ist an dem Motor bitteschön Ölmessstab? Ölmessstab und Abdeckung des Sicherungskastens. Das ging relativ flott, aber wo ist der Ölmessstab? Der muss ja normal so angebracht sein, dass man den als Fahrer beim Tanken rausziehen kann. Wie hier. So, dann nehmen wir mal auf. Das hier brauchen wir. Den Tank rechts brauchen wir, die Batterieabdeckung brauchen wir. Abdeckung der Sicherung brauchen wir. Ölmessstab, Tank rechts, Batterieabdeckung, Abdeckungssicherungskasten. Dann bleibt jetzt nur noch hier vorne das Blinkerglas. Und das Lampenglas. Ich glaube, ich habe alles. Wir sehen es gleich. Wir müssen erst noch mal komplett raus. Damit ich mal gucken kann, welche Maschine wir hier haben. Gissimotors Fatti. Gissimotors Fatti. So. Wir kaufen ein Lampenglas. Ein Blinker. Egal. Eine Abdeckung für den Sicherungskasten. Eine Batterieabdeckung. B. 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 Und ein Ölmessstab. B. B. B ú. B. B. das sieht ziemlich ähnlich aus beides ist klassisch gut blinker sieht ähnlich aus beides ist modern gut tank rechts der war schick und wir haben einen klassischen gekauft das war nicht gut so wie war das das war ein schicker und wir haben einen modernen klassischen gekauft also wir gehen auf schick kaufen bisschen geld verschenkt nicht viel nur ein bisschen so dann machen wir den tankdeckel drauf der müsste ja noch gehen da der linke dann schön fest schrauben dann die mittelkonsole davon lackieren stand da nirgendwo was oder mann ich sag's nur ungarn aber das sieht irgendwie anders aus so wenn sie ein ventil kommt dran andere wenn sie ein ventil kommt dran setzen wir noch ein vergaser ein das war ein fehler oder ne nicht wirklich so dann kommt das ding hier drauf dann kommt das ding hier rein kommt das ding hier drauf und dann das hier vorne dran so dann haben wir das hier alles dann können wir die batterieabdeckung drauf machen die sogar die gleiche ist wie die die drauf war dann können wir hier ein ölmissstab irgendwo reinstecken und dann brauche ich noch die abdeckung des sicherungskastens wir haben alles ich bin gar nicht so schlecht dafür dass ich überhaupt keine ahnung von motorrädern habe das muss ich mal wirklich so feststellen ich weiß eigenlob stinken deshalb müsste ich auch dringend mal wieder duschen oh hier stimmt was nicht flüssigkeit gas so das hier weg dann hier drüben das jetzt aber mail ende wir sind level 3 und kriegen motorrad geliefert mit fehlender lenkstange aber davon mal ab hat sich bei uns hier auch was getan erstens müssten wir hier sachen vergeben können punkte keine ahnung was das hier ist wo ich gerade drüber geht das wird mir ja auch nie wirklich angezeigt da momentan erkenntnisstand untersuchen automatisch drei teile des motors der motorrad sobald es auf dem ständer gestellt wird ok keine ahnung kann ja nichts anderes machen bahnhof einfach nur bahnhof so neuer standort freigeschaltet sehr schön das heißt wir können jetzt auch auf die teststrecke gehen wir haben aber kein motorrad dafür deshalb können wir da gerade nicht hin gut ich würde an der stelle erstmal sagen und es waren jetzt zwei motorräder in einer folge ich mache mir mal gedanken ob mir das spiel wirklich spaß macht weil also ich finde es sehr anstrengend also ich komme da nicht in stimmung ich komme da nicht voran ich muss hochkonzentriert an der maschine die teile suchen und kämpfe ein bisschen mit der optik und der bedienung weil alles ist anders wie beim k-mechanik ich finde der k-mechanik hat einen besseren vibe ich weiß nicht vielleicht kann ich mit autos mehr ich bin ja auch kein motorradfahrer beim vielleicht ist für motorradfahrer das hier interessanter wie der k-mechanik simulator das mag alles sein muss mal gucken ich muss mal also ich bin so ein bisschen am hadern ja ich bin auch deshalb wahrscheinlich am hadern weil ich bin im stress ich habe viel zu viel projekte und ich würde ganz gerne was anderes spielen und dann kommt noch der landwirtschaft simulator und deshalb müssen auch projekte weg und ich meine ich habe zwei sachen im auge aber ich glaube die reichen nicht es müssen drei sachen im prinzip müssen weg und hier bin ich am hadern vielleicht könnte ich auch was in pause schicken schauen wir mal ich muss mir mal gedanken machen ich habe zumindest mal diese folge hier wieder aufgenommen das eine mehr ja also ich ursprünglich gedacht weil nach erster folge dachte ich ich weiß nicht nach der ersten folge habe ich wirklich gedacht das ist nicht mein spiel das wird nichts aber jetzt haben wir schon wieder zwei motorräder repariert und ich bin so ein bisschen ich bin so ein bisschen am hadern auch dass wir das hier nicht so wirklich bedienen können das muss eigentlich runterfahren und geklappt werden da muss die maschine da drauf das ist irgendwie also wir können das ding ja nicht mal hoch oder runter bocken das steht immer da oben und wir fliegen da drum rum das finde ich ein bisschen schade aber gut alles dinge wie gesagt ich mache mir mal gedanken drum bis zur nächsten folge und eine wird es definitiv noch geben wo ich dann drüber nachdenke bis dahin ob das weitergeht oder nicht und dann sage ich in der dritten folge dann bescheid ob wir weitermachen oder lieber nicht ich bin hier erstmal raus ich sage danke fürs zuschauen wünsche euch noch viel spaß auf youtube noch viel spaß mit meinen anderen videos macht's gut bis zum nächsten mal